Jo moin Leute und herzlich willkommen zu A912 hier auf KRAVFMC Ja ich bin nicht allein ich habe hier den Bubble dabei Oder CacheTube Hallo CacheTube Voll versprochen weil du halt Ingen so heißt Und ja das ist meine erste Aufnahme mit dem fetten da Dachte mir einfach mal Ich habe ja letztens Senzu dabei gehabt Den fetty jetzt habe ich den fetty dabei Also ich weiß einfach warum er nacht Auf jeden Fall ja ich bin heute eine Runde Halden Sieg Und ihr könnt das ganze auch aus seiner Perspektive betrachten Das ist dann auf seinem Kanal Der Link ist dann in der Beschreibung Weil ihn sowieso keiner kennt Und ähm Nein aber was Das Server ist ähm Jetzt begrüße ich mal meine Zuschauer Ah ja stimmt Okay mach das mal Also äh Hallo Leute Hier ist der CacheBP Der CacheBP Also wie gesagt Von Raffi Ähm Ja halt Wir nehmen eine Runde Skit den Sieg auf Und äh Jetzt Schuze ich mir mal einen Block Scheiße ich muss sagen Ich muss sagen Oh nein ich habe keinen Nein ich habe keinen Nein ich bin Sieger alter Nein Hey 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 verliebter Mongo Ist das weil ich keinen Block gewählt habe Oder war das einfach random Ja weil du keinen Block ausgewählt hast Oh das ist ja voll scheiße Wenn ich sage jetzt Ja ich will Sieger werden Ich nehme einfach keinen Block Oder was Aber es will ja keiner Sieger sein von mir Ähm Ja was können wir noch ein bisschen dazu sagen Wir können ja jetzt öfters Gemeinsam aufnehmen Weil ähm Ich denke mal Das ähm Ähm Sowieso Bock hat mit dünneren Menschen aufzunehmen Das gibt einfach Motivation Und zeigt ihm mal wie das so ist Wenn man dünn ist Oh mich fistet hier direkt jemand Ich habe ihn Oh wie low Oh Und ich habe schon Ein gutes Plätzchen eigentlich Ja also der hockt wahrscheinlich wieder Irgendwo in so ein Schlamm alter Weil da gehört auch hin dieser Frosch Aber ich finde ich sehe auch aus wie ein Frosch Also wir gehören irgendwie so zusammen Er ist halt ein Hässler Und ich bin dann Also er ist ein hässlicher Frosch Oh hier ist jemand Habe ich dich da Bist du das? Ne oder? Ah da ist Eis Oh Junge komm her Bist du das Obsidian? Du bist das oder? Du bist das Nein Obsidian kann glaube ich nur Premium 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 Bist du kein Premium Äh Ich habe gehört dass das Das ist voll voll cool Wenn man das ist Oh da Der zwölbt mich alter Ich verfuckte einfach mal auf dem ganzen Eis Aber wenn du das siehst Wirst du lachen alter Ist dir zu behindert Oh boost boost Bam alter in your face bitch Und ja wir können jetzt nicht großartig was erzählen Man muss sich hier mehr oder weniger konzentrieren Als Seeker Als Heider hockst du dich irgendwo hin in der Ecke Kannst scheißen gehen und Wirst wahrscheinlich getötet Und ich suche jetzt mal den Cash Tube Wenn du kommst ich habe jetzt ein Schwert dann kill ich dich Oh Junge das glaube ich nicht Aber ey Die Hoffnung stirbt zuletzt mein Freund Äh auf jeden Fall ähm Ja was soll man noch dazu sagen Ich meine es ist halt ein Lappen Ich bin halt ein Lappen Ich finde man sollte halt immer mit den Leuten aufnehmen die irgendwie auch gleichgültig sind Und jetzt vom Niveau her nicht weil wir wissen alle das ähm Sein Niveau Ja Egal Auf jeden Fall äh Ich glaube wieder mal nur scheiße Das liegt aber daran Weil ich einfach ähm Ich überlege weißt du Und ich kann ich hab Ich bin nicht so multitasking fähig Und ich kann zwar reden und denken scheißig Aber halt dann rede ich halt scheiße und denke halt gut Oder ich denke scheiße und rede gut weißt du Hä was was hat das denn im Sinne gegeben Egal Äh Oh man Ähm Riskant riskant Ich wechsle mal kurz das Backstack Oh riskant riskant Hoffentlich Hoffentlich werde ich gekillt in der Zeit Okay das ist meine Chance hier Der war nach irgendwo ein Loch alter Der war nach irgendwo ein Loch Ein Loch Ja Zweideutig Also mein Motto ist ja Loch ist Loch ne Also egal wo man reinsteckt Da ist jemand Äh Oh Oh da ist noch jemand Wer festet mich da Ich sehe ja keinen Mich hat jemand geschlagen aber Alter zunächst mal wieder mit Zwecks Boah wie viele Klits habe ich Leute Wie viele Klits habe ich Kann man das sehen Na kann man nicht Ich finde das immer so witzig wenn man irgendwie Wenn so ganz am Anfang von ner Runde Einfach Leute gleich auf den auf den Zika gehen Das ist voll überhindert Weil die genau wissen Dass die keine Chance haben Ich meine ich habe ein DIA-Schwert Und die haben da meistens gar kein Schwert Ich meine am Anfang hat man ja keins Und ähm Erzähl mal was Du Verzack Jaaa Ich bin Ich bin also nur da Jaa Jaa Du sollst das erzählen Was interessant ist ja Dass du ne Nudel bist Achso Das ist ja Ich esse immer gerne Schnapp Was frisst du gerade? Komm ich immer Schnapp Dann bekomme ich immer Muskeln Ja voller Pop-Eye 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 War das jetzt ein Witz Oder magst du das wirklich? Nein Spaß Das war ein Witz Ah Junge ich dachte gerade Ich wollte schon auch noch benden und dich blocken Alter nicht Spaß Ich bin da kein Öko alter Ey jetzt nix gegen äh Spinatfresser Ja also die sind ja im Endeffekt die die gut einstecken können Nein Nein nicht Köln nicht Köln Wow Ich bin tot Oh Lol Lol Was ein Faggot habt ihr das gesehen? Lol Nein ich hab's nicht gesehen Habt ihr das gesehen was ich grad Ähm Oh Junge Junge Naja wir können ja ein bisschen über kommentiert Videos diskutieren Also ich hab noch kein Hast du schon ein bisschen was geplant? Ja Ja weil so ich Wurde ja zu diesem PvP Projekt gelang von Hangar Miner Oh Und Eigentlich sollte das Projekt am 22 starten Aber Aber Ja Hast du aber hier jetzt an dieser Reihe Oh Junge Aber äh Ich hab's Äh Ich wollte ein Trailer dafür besorgen und halt ähm Dings Weißt Der hat so irgendwie 20 andere Kanal Trailer Und halt Und halt VWP Projekt Ich wurde da nicht eingeladen Ich bin da so No Name Mich lädt eh nie Niemand so ein Ich komm nur hin zu Scheiß Projekte die nach Körner kommen 15 wenn du's noch schaffst Nein Nein Bist du drin Ja ich halt trotzdem drauf Yolo Okay versuch das noch Ähm Ihr müsst jetzt alle die Daumen drücken Ja Drücken 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 Daumen drücken Ich glaube an euch Macht das Macht das Ja du auch Genau du du gerade Ach man Schaffst du's nicht Ja du bist drin Ja Boah Danke Leute fürs fürs Daumen drücken Oh Danke Oh Egal Ähm auf jeden Fall ähm Ja Ich hab noch nicht so viel geplant Wir haben ja eigentlich Was geplant Ich will das jetzt nicht nennen Und ich hoffe du machst es auch nicht Ich muss erstmal versuchen dass du's In mir erfährst Ohne dass ich das Wort sage Und zwar ist das halt ein Projekt Ähm Was wir von RTL haben Weißt Bescheid Weißt Bescheid Ja Okay gut Und das hat mir eigentlich auch im Plan Oh Junge Schaffst du's noch oder Was weiß ich alter Ich drücken noch was drauf Oh Junge Ja ich bin wieder Okay gut Ähm auf jeden Fall ist das ein Projekt von RTL Aber ich weiß nicht ob wir das hinbekommen Da müsste nämlich Einmal in der Woche müsste da jeder aus den Projekten Das sind glaube ich 13 Leute ungefähr also geplant jetzt Müsste dann Zeit haben und Ja Also jetzt nehmen wir aber einen Blog Ähm und die Leute die ich jetzt so kenne Aus dem YouTube in der YouTuber Szene Die haben bestimmt nicht einmal in der Woche Also auch nicht alle auf dem gleichen Tag Der eine geht ihm ins Fußballtraining Was sowieso specklos ist weil er Sowieso Da denkt er kann eine Karriere aufbauen weißt du Die denken immer alle ja komm ich spiel Fußball Ich werde voller Profi aber das ist doch alles nur Wenn ich schon nichts zu tun habe dann sucht euch mal anständige Hobbys Das ist mein Fußball ich bitte dich Jetzt kommt bestimmt voller Held weil ich gegen Fußball bin Jetzt mal ich spiele auch Fuß Ja ja nee 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 aber guck mal ich finde es unnötig einfach Zum Beispiel bei uns ist das so Bei uns in der Stadt ist das sowieso Davon abgesehen ist die Stadt sowieso richtig hässlich und scheiße aber Ähm beim Fußballtraining Wenn du da schlecht bist wenn du nichts drauf hast Kannst du dich verpissen Ich meine es ist ein Training wozu geht man ins Training um besser zu werden Und du musst aber was können alter was da los Ich habe keinen Platz Ich meine wenn die Leute daran Spaß haben so Trainer zu sein ne Ja also ich habe gehört Ja Trainer hat voll Stress gemacht Hab das Tor voll verkackt Ja hallo was geht man ins Training Ja ohne Witz man Ich meine dann wird es vielleicht Spaß machen Aber ich finde es auch voll uninteressant Wenn man so ein Fußball ähm ähm Wenn man im Fußball im Fernsehen Fußball guckt Dann freut man sich voll den Arsch ab Wenn jemand ein Tor schießt Was hast du davon was beeinflusst das denn für dich Echt so Ja und dann die meisten fangen an zu weinen wenn sie verlieren Was heißt da sie wenn das Team Das Land aus dem sie stammen oder keine Ahnung Wie man überhaupt darauf kommt dass man sagt Ja wir haben gestern voll gewonnen weil das sind ja gar nicht die Seite Was war da los hast du gemacht Was war das Gott Ich habe es gemacht Oh nein ich glaube Logi Logi ich schwör's dir wenn du irgendwas machst ja Ich schwör Junge Mann ey Du Fotze Hör dir das genau Ich glaube äh Der Channel was edited Immer wenn Dings äh Ja der hat bestimmt irgendwie so Das Passwort oder so geändert Oh wenn der jetzt reinkommt ne Ich schwör's dir Ich schneide deine hässige Stimme raus oder pitch die Oh ja Was für ein Block bist du Ja werde ich es auch bestimmt sagen Ich bin ein Keks ich kann im Internet Bist du auch ein Keks Ja und ein Schwert Ja Nee Spaß ich bin ich bin so ein wie heißt das so ein Licht Wer ist das nochmal Achso so ein Licht halt da Ich bin Westerblog Oh ok Lass mal treffen Und ja Leute Ich bitte euch dass ihr uns Ideen ins Kommentar in die Kommentaren schreibt Was wir aufnehmen können also oder ein Projekt wenn ihr wenn irgendjemand von euch da draußen ja Ich weiß jetzt nicht ob das gerade jemand sieht das Video ja weil ähm Bist du das bist du das bist du bei zwei Millionen mit Feuer und bei so Dingern Was Ah nein ich kann kommen Warte Warte Äh 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 Hast du hier Nein Wo so in der Mitte Feuer ist oder so Nein nein ich bin bei so einer Außending So Außen Da ist halt so So eine Bank Zwei Millionen Und ein Feuer in der Ecke Und so ein bisschen Busch Busch Ein bisschen so lief sind alles Warte ich kann ja rauskommen weil Da ist eh kein Nein ich bin tot Oh ich wollte gerade sagen was ich bin Alter Zum Glück Okay Du hast mir doch schon gesagt was du bist Das war aber nur ein Witz Jaja Ja du weißt jetzt nicht ob ich verarsche Ob ich dich Ob ich dich verarsche Das ich verarsche Also ob ich gerade so tue Das ich verarsche Nein also ich bin tot ich bin bestimmt tot Wetten 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 Also warst du auch ein Westblock? Nein, nein, ich war, ich war Holz. Gut. Äh. Ich ba- Da! Ha! 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 Wir laufen gemeinsam. Wir gehen gemeinsam noch dick und dünn. Also, ich bin dünn, du bist dick, ne? Ist schon klar. Da und zu. Mann. Ich stehe gar Spaß. Jetzt vereile ich mal. Guck mal, du bist fett. Guck mal, wie langsam du läufst. Das erklärt schon alles, Alter. Wird immer hin. Eigentlich müsstest du sogar schneller sein, wenn du irgendwie rollst oder so. Aber anscheinend bist du gerade in deinem Zustand, wo du schnaufen musst. Was bei dir ja schon zwei Sekunden sind. Guck mal, das ist richtig heftig. Wenn du da irgendwie so richtig... Scheiße. Geht das überhaupt? Warte, wenn du auf die Tür gehst. Oh, ne, ich bin so inkompetent. Wetten, die an... Alles, das ist Glas, ne? Was? Das... Dass man dann nicht raus kann, ne? Oder... Was meinst du? Hier, guck mal. Hier ist doch gut, wenn du hier so hockst. Und dann... Da komm ich mal rein. Und dann gehst du auf die Tür. Guck mal, du musst auf die Tür. Und dann macht jemand auf den Wegst... Flickst dann runter, oder? Ja, okay. Aber ich glaube... Was ist das, wenn da ein anderer Sticker durchkommt? Angenommen, du kommst jetzt rein, machst du beide Töne auf oder nur eine? Wenn du da reingehst. Wenn du da reingehst. Weil... Einfach mal... Ja, eine. Und dann stehe ich halt auf eine drauf. Die andere bleibt halt so... Guck ich... Oh, Junge. Lass mal jetzt... Lass mal jetzt suchen, oder so. Ja, es gibt nur noch einen Heider. Ja, wir haben gewusst. Okay, Leute. Ähm... Ich bedanke mich bei... CacheTube fürs Aufnehmen. Also damit der... Dass er dabei war und sich Zeit genommen hat. Widget jetzt noch ein bisschen im TS. Und... Ja... Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.